Mein Name ist Holger Stier. Ich bin im Unternehmen Glatz Klischee GmbH technischer Leiter und Bereichsleiter Pre-Pers. Mein Name ist Manfred Schratenthaler. Ich bin Geschäftsführer bei der Glatz Klischee GmbH in Bregenz, seit 23 Jahren im Unternehmen und somit auch schon eine Weile für die ganze Entwicklung hier verantwortlich. Wir bei Glatz Klischee sind natürlich in erster Linie mit der Druckformherstellung für Flexodruck beschäftigt. Die Flexodruckplatte ist unser Hauptprodukt. Unsere Kunden sind große Flexodruckereien im Verpackungsbereich, sowohl im Folienbereich, flexiblen Bereich, als auch im Wellpappenbereich. Wir haben aber auch Kunden im Offset-Druck und im Digitaldruck. Seit einiger Zeit, seit zwei Jahren, beschäftigen wir uns auch intensiver mit der Betreuung von Magenartiklern. Dort gibt es einen Geschäftsbereich Glatz 360. Das Unternehmen Glatz gibt es seit 1931 und hat sich in den Jahrzehnten in verschiedenen Bereichen entwickelt. Der jüngste Unternehmensbereich ist die Glatz Klischee GmbH, die in den 70er Jahren entstanden ist und heute zu den führenden Unternehmen in der Glatz Gruppe zählt. Wir beschäftigen uns mit der Druckvorstufe und der Plattenherstellung für den Flexodruck und uns ist es ein großes Bestreben, eine stetige Weiterentwicklung in diesem Bereich auch voranzutreiben. Mit dem Hause ESKO ist das Unternehmen Glatz Gescheh doch jetzt schon seit gut bestimmt 20 Jahren im Kontakt. Intensiv gestartet hat das Ganze seit 2005. Wir kennen ESKO schon seit vielen Jahren. ESKO ist für Glatz ein sehr wichtiger Partner. Sehr, sehr viele Produkte von uns sind nur möglich mit Produkten und Software und Technologie von ESKO. Unser Kundenbereich sind die Druckerkunden vorwiegend im Packaging-Bereich, die Verpackungen herstellen im Folienbereich oder im Kartonagenbereich oder auch Platinenbereich. Daneben haben wir auch Direktkunden, sprich Markenartikel und Handelsmarken, die wir auch bedienen. Der Startschuss für die CDI Crystal XPS war 2016 auf der Trupa, wo wir die Bestellung offiziell abgegeben haben und damit begann auch eine intensive Zusammenarbeit mit ESKO für dieses Projekt, wo wir wesentlich mit der Erstinstallation weltweit, die bei uns stattgefunden hat, an der Maschine noch weiterentwickelt haben. Das Besondere an dem Crystal-System ist, dass ESKO für dieses System die Kombination aus Bebilderung und Belichtung, Plattenparameter, Verarbeitungsparameter zertifiziert. ESKO betreibt dort einen relativ hohen Aufwand. ESKO analysiert die Druckplatten von verschiedenen Herstellern. ESKO ermöglicht uns natürlich als Anwender, dass wir uns damit nicht mehr auseinandersetzen müssen, sondern auf die Expertise von ESKO zurückgreifen können und fertige voreingestellte Druckparameter verwenden können. Das System ist vom Handling her, was die ganze Systemeinstellung der Plattenparameter anbelangt, sehr einfach zum Handeln, da ESKO die ganzen Platten spezifiziert und diese Daten auf das System einspielt. Das heißt, der Operator hat mit diesen Parametern keinen Aufwand, die sind vorgegeben. Ehrlich gesagt war es eigentlich eine Formsache, weil wir von der Stunde Nullweg mit diesem System schon arbeiten und somit auch eine sehr, sehr hohe Expertise und Erfahrung damit schon haben. Für unser Unternehmen ist die XPS-Zertifizierung noch einmal eine Bestätigung unserer Qualität, unserer Prozesse und auch in der Außenwirkung natürlich für unsere Kunden oder auch andere Unternehmen eine Aussage, welche Qualität wir hier produzieren. Wir haben mit unserem Glatz Diamond für diese Technologie ein Markenprodukt geschaffen, wo wir einzigartig sind. Durch die XPS-LED-Belichtung erreichen wir eine sehr, sehr gleichmäßige UV-Belichtung. Das heißt, Schwankungen im Relief, Schwankungen in der Plattenhöhe sind so gut wie ausgeschlossen. Es wird eine sehr, sehr gute Punktversorgung generiert, die absolut wiederholbar ist. Das ist das Besondere. Es sind keine Zufallsergebnisse mehr, sondern es sind exakt gesteuerte Ergebnisse. Das System bringt auch einen Vorteil in der Automatisierung. Das heißt, es sind hier zwei wesentliche Schritte zusammengeführt, die bisher separat in der Produktion behandelt haben müssen. Das heißt, die Bebilderung am CDI und die Belichtung verbunden mit einem Plate-Händler, der die Platten automatisch transportiert und somit dieser Schritt nicht mehr mechanisch vollzogen werden muss. Das Spezielle oder das Interessante an dem XPS-System ist, dass das System ja zwei Komponenten vereint. Wir haben auf einmal auf der einen Seite die Bebilderungseinheit, den CDI, und dann den Belichtungseinheit, die XPS. Dieses System kombiniert beide Arbeitsschritte. Bisher oder vor der XPS-Anwendung mussten diese Schritte manuell bedient werden. Also wenn die Platte fertig bebildert wurde, musste der Bediener die Platte von Hand auf eine nächste Maschine transportieren. Das ist heute durch die Automatisierung zusammengefügt. Die Platte kann nicht mehr beschädigt werden. Es erspart Arbeitszeit und die Prozesse sind softwaregesteuert. Das heißt, es können auch keine Fehlbedienungen oder falsche Verarbeitungsparameter eingegeben werden. Das System ist sehr bedienerfreundlich. Ein einfacher Start-Panel für den Operator, wo die wesentlichen Schritte vorgibt und somit ein wirklich leichtes Handeln vom System mit sich bringt. Das User-Interface oder die Bedienoberfläche ist eigentlich sehr einfach. Es gibt ein Touchscreen. Dort muss der Mitarbeiter nur die entsprechende Platte auswählen und dann noch die entsprechenden Materialien auf die Küsselanlage zuführen. Der Rest ist automatisch. Die Vorteile von dem System sind neben einer Qualitätssteigerung, das das System mit sich bringt, in Belichtungssystemen, höhere Auflösungen. In erster Linie das Belichtungssystem auch mit der UV-LED-Belichtung. Das stellt einen revolutionären Schritt dar in der Plattenherstellung, weil dadurch eine sehr, sehr hohe Konsistenz erreicht wird. Eine sehr hohe Wiederholbarkeit, was sich letztlich in der Plattenqualität im Druck sehr stark bemerkbar macht. Allgemein ist festzuhalten, dass natürlich viele Bereiche und Technologien ausschlaggebend sind, um höchste Qualität im Druck zu erreichen. Die Crystal XPS ist ein wesentliches Element im Gesamtprozess, wo wir eine enorme Steigerung damit erzielen haben können. Es gilt aber zu sagen, dass alle Bereiche vom Prepress über die Plattenherstellung bis hin zum Druck alles passen muss, um auch so hohe Qualitäten zu erzielen. Und da sind wir wirklich auch stolz darauf, dass wir mit vielen Kunden in dieser Qualitätsliga im Flexodruck unterwegs sind, mit höchsten Anforderungen. Und das geht bis zum 100er Raster, was außergewöhnlich ist. Und dafür ist dieser Gesamtprozess verantwortlich, nötig. Und es ist immer ein Gemeinschaftswerk von allen, um dann diese Leistungen auch abzuliefern. Durch die Verwendung von den Crystal-Systemen sind wir natürlich in der Lage heute im Flexo mit Druckereien, die sich darauf einlassen, Qualitäten zu erreichen, die bis vor ein paar Jahren noch unvorstellbar waren. Also wir können heute sagen, dass wir im Flexo durchaus Qualitäten erreichen können, die besser sind, was als im Tiefdruck bekannt ist. Wir können feinere Raster generieren. Die Druckplatten in der Druckerei sind länger verwendbar. Der Drucker muss weniger oft die Maschine stoppen, um Druckplatten zu reinigen. Es können mehr Laufmeter damit gedruckt werden. Die Druckgeschwindigkeiten können erhöht werden. Also es ist insgesamt eine viel, viel stabilere Druckplatte. Wir verwenden natürlich nicht nur die Crystal-Systeme, XPS und das CDI von Esco, sondern verwenden natürlich sehr viele andere Produkte von Esco. Die Automation-Engine ist ein ganz wichtiges Element. Das ist das Gehirn, das Buen bei Glatz. Dort werden alle Prozesse von dort aus gesteuert. Es werden dort sehr viel Automatisierungsschritte gesteuert. Für die Ausgabe auf die XPS-Systeme ist natürlich die Flexo-Engine mit den Imaging-Engine sehr wichtig als RIP-Maschine. Das System ermöglicht eine wesentliche Qualitätssteigerung durch die hohe Qualität der Bebilderung, aber vor allem durch die LED-UV-Belichtung, was zu einer wesentlichen Qualitätsverbesserung führt durch die Haupt- und Rückseitenbelichtung in einem Prozess und letztlich dazu führt, dass die Platte eine sehr, sehr hohe Stabilität hat vom Relief und auch in der Wiederholbarkeit eine gleiche Qualität mit sich bringt, was letztlich dazu führt, im Druckprozess eine wesentlich höhere Qualität und Stabilität zu haben. Die Zertifizierung ist einfach ein Nachweis, eine Legitimierung, dass wir die hohen Anforderungen erfüllen können, dass wir die Prozessschritte beherrschen und dass die Arbeitsabläufe bei uns alle strukturiert und automatisiert durchgeführt werden. Wir werden die Zertifizierung bekannt machen, wir werden sie über verschiedene Social Media Kanäle bewerben, wir werden sie über unsere Webseite bewerben, wir halten sie schon für sehr wichtig und sind auch stolz darauf und möchten gerne, dass das auch bekannt wird. Im Laufe der Zeit, in den letzten 20 Jahren, haben wir bei Glatz Klischee natürlich immer wieder zusammen mit ESCO neue Projekte entwickelt. Wir verstehen uns so, dass ESCO uns natürlich Ideen liefert, dass ESCO uns Maschinen oder Software liefert. Wir versuchen daraus immer natürlich das Bestmögliche zu generieren. Es gibt eine Aussage, die wir gerne verwenden, ESCO liefert uns den Rot-Diamanten, wir machen den Brillanten daraus.